hallo freunde der leichten unterhaltung und da sind wir wieder bei batman arkham origin oder soll ich schon fast sagen deadshot arkham origin der typ der mir tierisch auf die nüsse geht hier naja wie macht das ich freue mich riesig an der seite wäre besser ja ich habe schon gesehen er schießt schon auf mich er schießt schon könntest du mal bitte weiter geht das läuft ja schon es hat ein bisschen zu lange gedauert ich weiß dass ich was gehört habe man kann er hier vorbeikommen kommt 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 kommen schon her voller konzentration so, wenn jetzt hier noch mal einer lang kommen würde komm schon, du jetzt hier, ja, 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 in die Richtung, die Richtung, vielen Dank Nein! Nein! Schauen wir mal an! So, gut. Du kannst gar nichts sehen. Der geht nach unten. Ihn dürfte ich eigentlich jetzt nicht angreifen. Zurück an die Arbeit! Keine Sorge, wir machen das! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Mach! Ja, ich weiß, dass er mich schon wieder hat, wo er mich schießt. Puh, okay. No! Wie tappt ist, ich geseh' diesmal. Alles vorbei, Batman! Auch nur weiter, Batman! Clever! Clever! Danke! Wo versteckst du dich, hä? Komm schon! Ach man! Hey, komm rein! Hallo! So! Was machst du denn? Bring mir die Fledermaus! Die Frage wird sein, wenn ich ihn... Wenn er nachher die Geisel da nimmt... Oh! Hilfe! Oh! Oh! Schauen Sie noch vorbein! Okay. Wir sind alle nutzlos! Nutzlos! Danke! Ich warn gern! Wer ist das? So, jetzt muss ich abhauen. Ja, es war glaube ich bis dahin erstmal ganz klug jetzt wieder. So, jetzt habe ich natürlich eine Problematik, dass Deadshot die ganze Zeit unten steht. Ich sehe doch genau, dass du da drüben nur faul bist. Jetzt sind schon ein bisschen nervös die Jungs. Ach, der hat doch wieder dieses... Bei, wie sowas. Ah. Ah, doch nicht. Das war unklug, größerweise unklug. Das Ding ist kaputt, okay. Ich sehe doch genau, dass du da drüben nur faul bist. Es gibt zu viele, die hier oberhalb unten lang laufen. Ach. Kommt jetzt wirklich keiner von denen mehr nach oben her? Ach shit. Okay, der hat eine Mine da unten hin platziert. Oh Leute, es ist... Es ist echt... Nächstes war einer von denen jetzt nach oben gekommen. Zum Beispiel er. Sehr gut. Hör mit dem Scheiß auf. Er muss in der Nähe sein. Wir finden ihn. Ja, 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 ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Da muss ich sie jetzt so ausschalten. Mit ihm nehme ich das gleiche. Ich denke mal, ihn könnte ich so bekommen. Ah, er hat den entdeckt. Scheiß. So macht man das mit solchen Lappen. Harter Scheiß. Äh. Hör mit dem Scheiß auf. Kein Problem. Ich habe jetzt nicht die Hand erst nicht mitbekommen. Okay. Gut. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Wunderbar. Wunderbar. Check. 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 Ich werde dich finden und ich werde dir wehtun. Wenn du meinst. Komm schon. Wo bist du? Weh, du gehst runter. Boah. Du Haufen voll Müll. Ok. Diese Mine liegt aber auch nicht gerade günstig. muss ich sagen der chat könnte es mal aufhören bitte deine schergen da noch eine angst einzuladen ich hätte vorhin ich hätte das vorhin aufpassen soll als die erste runde war ich hätte die glasscheiben hier versuchen soll mit dem exklusiv jetzt die darum rennen glaube ich nicht unbedingt dass ich da eine chance habe höchstens ich sehe doch genau dass du nach oben noch da wirst wir geben unser bestes ja wunderbar doch so clever clever hier jetzt nach oben jetzt nach oben jetzt nach oben so dachte ich mir dass das jetzt kommt alles noch tut die paletten vier leute einer mit diesem störsender ja lassen doch einfach hier rumlaufen rumlaufen dann lass zwei davon rumlaufen er muss in der nähe sein wir finden ihn naja er hat schon mal einen Minen bei sich ok jetzt nicht mehr nein nein ich habe gerade etwas gesehen habt ihr ihn gefunden dann du auch verdammt 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 Das ist wichtig. Super. Und weg. Oh, jetzt habe ich gerade was gesehen. Ja, lauf nur davon. Clever, clever. Ich auch. Ich weiß doch genau, dass du das Rösel noch faul bist. Keine Sorge, wir machen das. Wer ist noch da draußen? Ihr seid alle nutzlos. Nutzlos! Jetzt muss ich aufpassen. Zum einen. Ihr seid alle nutzlos. Nutzlos! Erstmal muss ich ihn hier runter scheppern. Wer ist noch da draußen? Okay, da liegt eine Mima. Da liegt eine Mima. Okay. Ihr seid alle nutzlos. Nutzlos! Wer ist noch da draußen? Nicht gut. Das war so klar. Und genau das war der Fehler bei dem vorherigen. Dass ich nicht abgewartet habe auf seine Schergen hier noch. Auf diese letzten vier. Ja. Der kann mich doch, glaube ich, orten, der eine. Der eine rennt da unten rum, der rennt auch da unten rum. Zum Teufel schießt wo rum. So. Gut. Das ist schon mal sehr gut. Auch günstig, wie es aussieht. Na? Na? Auch schon. Der wird doch wohl nicht. Kluger Sack. Bitte! Ich will leben! Was macht der andere? Oh. Hm? Jetzt kommt schon. Aber du wenigstens. Wir fallen wie Dominosteine. Dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Ich hab drei Kinder. Komm schon Mann, es wird keiner. Okay. Der war es leider nicht. Bitte. Ich will leben! Das ist auch schwer zu sagen, wo die gerade lang laufen, ne? Die Sache ist, dass jetzt zwei lang kommen, ne? Egal den haben wir! Weg von mir! 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 Okay, hier vorne ist das mit dem Ort-Twunks-Teil. Der wird auch wahrscheinlich runtergehen, okay. Gut, jetzt fehlt mir noch er hier und dann unser Freund Deadshot und das wird fies werden, Leute, weil zum einen haben wir zwei von diesen Annäherungsminen darum zu gehen in der Nähe. Komm schon, entscheide dich, wo du langläufst. Der geht niemals nach oben, oder? Doch. Dann hoffe ich mal auf ihn das Beste. Na, meine Pech hast deine letzte Weihnacht. Noch einer, der liegt mitten hier auf dem Zwischengang. Kannst du den sehen? Der zittert, ey. So. Dreht er? Wie dreht er sich? Okay. Komm schon, Mann, es wird Weihnachten. Bäh. Ich hab so ein ungutes Gefühl bei der Sache. Bitte, ich will leben! Ja. Kaum die Besten der Welt. Obwohl ich sagen muss, dass ich dich mir Furchteinflößer vorgestellt habe. Du hast Gotham lange genug terrorisiert. Wenn das Schicksal heute meinem Tod vorsieht, dann soll es so sein. Aber mach es bitte kurz. Ja. Charakter, wo viel Feier schaltet. Der John, jawohl, wer mich besiegt. Ähm, na wo immer jetzt auch. Sein Opfer hin ist. Gut, da kommen wir sowieso nicht raus. Ähm, ach ne, da müssen wir raus. Der liegt ja auch lustig da drin. Ist das eine günstig, die Idee unten rauszugehen? Ich glaube eigentlich nicht. Aber, pff, versuchen wir einfach mal. Wir sehen, was vor uns lauert. Hallo? Batman? Hörst du mich? Gordon. Entschuldige die Unterbrechung. Barbara hat mir diese Frequenz gegeben. Ich, äh... Nun, ich dachte, du könntest mir bei etwas helfen. Gibt es ein Problem? Das kommt darauf an. Wenn wir es rechtzeitig unterbinden können, sollte es keins werden. Was unterbinden? Ein paar Flüchtlinge aus Blackgate sorgen für Unruhe in der Stadt. Nach den Geschehnissen heute Nacht sind wir gerade etwas unterbesetzt. Sie wollen, dass ich sie festnehme. Genau das ist doch ihr Job, oder? Mal sehen, was ich tun kann. Okay. 20 Blackgate-Häftlinge gesucht. Ähm, ist das jetzt... Gucken wir gleich mal. Ja. Das heißt, damit hätten wir dann außer Riddler, wo wir immer noch dabei sind, alle gesucht Sachen abgeschlossen, wenn wir diese 20 Leute zur Strecke bringen. Was sicherlich... Gar nicht mal so... Das schlechteste wäre, jetzt hier vorzunehmen. Da müssen wir jetzt hier erstmal langlaufen. So viele Gegner hier ums herum. Ich würde mal sagen... Einen von denen werden wir jetzt noch mitnehmen. Gut. Hmmmm... ... Ich bin frei! Frei, 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 frei! Schnauze, oder willst du wieder zurück? Beruhig dich, hier ist keine Sau! Hab ich Recht! Wir wissen nicht, was da draußen ist, also schlag ich vor, du hältst die Fresse. Ach was, das einzige warum wir uns heute nachts sorgen müssen ist Wind und Schnee und wo wir was zu trinken kriegen. Ich hoffe, dass du recht hast. Schönes Feuerchen. Da müssen wir aber nicht hinzugehen. Ach, überall sind hier welche. Eigentlich dürfte hier doch uns keiner zählen sind. Ja, die sind weit, die sind unterschiedlich. Damit er dich am meisten gebraucht hat. Dann wäre ich auch gefallen. Doch jetzt kann ich mit euch seine Befreiung planen. So. Der kann uns wenigstens erstmal nix weiter tun. Was für ein Mensch bist du! Los, Brüder! Kämpfen wir mit! Was man denn alles selber macht? Japp. Dampft, was mache ich hier gerade? Hält aber viel aus hier. Kann ja heiler werden, die 20. Ich gehe nicht zurück. Du kannst mich nicht zwingen. So kann ich das. Gordon, schicken Sie jemanden, der diesen Mistkerl abholt. Wunderbar gemacht. Das war also Nummer 1 von insgesamt 20, die wir hier machen müssen. Sehen wir schon. 2, 3, 4, sind auch 19. Ja, da sind einige bei. Ach ja, die sind hier so alle aufgelistet jetzt. Gut. Das sollte also auch alles möglich sein. Da werden wir uns also jetzt in den nächsten Folgen damit beschäftigen, diese Blackgate-Insassen, glaube ich, zu fangen. Während wir uns von oben nach unten arbeiten. Und gut, dann war es das mit dieser Folge. Wir haben endlich Deadshot besiegt. Und das erlaubt uns doch mal wieder ein kleines Bad Dance. Damit vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge bei Batman Arkham Origins. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.